Ein Mädchen findet ein paar rote Schuhe, mit denen sie toll tanzen kann. Aber die Schuhe entwickeln ein Eigenleben und zwingen dem Mädchen ihren Willen auf. Am Ende kann das Mädchen sich wieder von den Schuhen befreien. Aus der Altersgruppe Children in der Disziplin Open ein Solo, die Startnummer 12 mit dem Titel The Red Shoes. Applaus Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017